Musik So viel Leistung, ha? Ich denke, da ist die Decke oben, wenn er da einhängt. Wir haben aber was anderes. Wenn sie am Höhenruder an der Decke hängen würde. Ja. 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 Ich probiere auch. Ich merke es. Die Decke. Ja. Schöne Carbon-Probille. Wenn der jetzt direkt kaputt wird. Cool. Das habe ich nur bei Lars Röstling gesehen, deswegen... Alter... Geil! So schön da ist er. So... Da habe ich eigentlich voll... Nichts passiert. Ja. 9... 8... 6... 4... 3... 2... 1... Yes!